Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Tja, für einige Leute ist ja Voodoo im Mediabook das absolute Nonplusultra der Heilige Graal. Da werden auch die beiden wattierten Neuauflagen nichts daran ändern. Aber es gibt immer wieder Labels, die gewollt oder ungewollt hier den Titel des Heiligen Graals Voodoo streitig machen möchten. Und so ist für mich Hanses Sound mittlerweile Inhaber von The Legend. Wieso, weshalb, warum? Tja, das habe ich euch schon mal in einem Video präsentiert. Ich werde euch das Video selbstverständlich unten in der Infobox verlinken. Und Stichwort Hanses Sound. Ich habe mal wieder ein schönes Paket hier bekommen. Und was da alles drin ist, weiß ich selber noch nicht genau. Werden wir uns jetzt aber gemeinsam angucken. Also, dann holen wir mal hier ein Kartonmesser her. Schneiden ganz vorsichtig rein. So und so. Wunderbar. Und dann legen wir den Karton hier zur Seite. Fussel ein bisschen weg. So, prima. Und hier, oha, das ist schon mal vorbildlich verpackt hier mit recycelbarem Papier. Lasst mich mal kurz spicken. Aha, aha, aha. Und hier auch noch weiteres Verpackungsmaterial. Können wir ganz gut brauchen. Okay. Und dann haben wir hier in der Gewalt der Riesenameisen. Und da gibt es jetzt von meiner Seite aus eine kurze Zusammenfassung, worum es in dem Film überhaupt geht. Die Immobilienmaklerin Marilyn Fraser sammelt einige Interessenten um sich und fährt mit ihnen in ein Sumpfgebiet in Florida, in dem die Siedlung Dreamland Coast entstehen soll. Doch an genau dem Küstenstrich hat ein Kapitän radioaktive Flüssigkeit im Meer verklappt, was zu fiesen Mutationen bei einem Ameisenvolk geführt hat. Die eigentlich winzigen Tierchen sind zu überlebensgroßen Monstern geworden, die alles töten oder als Arbeitssklaven nutzen, was ihnen begegnet. Mit Mühe und Not und unter einigen Verlusten erreichen Marilyn und ihre Begleiter eine nahegelegene Zuckerraffinerie. Doch genau dort wartet die Ameisenkönigin auf sie. Der Film von 1977 wurde HD neu abgetastet und erscheint erstmals als limitiertes Mediabook mit DVD und Blu-ray. Außerdem erwarten dem Filmfan ein Audiokommentar des Regisseurs, ein Trailer sowie ein 24-seitiges Booklet mit Text von Nandorona sowie Bio- und Filmografien. Ja, ist schon eine ganz schöne Trashperle und die wurde jetzt eben im Mediabook von Hanse Sound herausgebracht und was das Mediabook alles zu bieten hat, gucken wir uns jetzt einmal hier genauer an. Machen das Ganze auf, so Folie weg, FSK-Flatschen auf der Folie, so wie wir das wollen. Prima Sache, das können wir jetzt zur Seite legen und dann gucken wir uns das Ganze hier mal in der Ego-Perspektive an. Wir haben ein glänzendes Mediabook, also das fällt direkt ins Auge und vom Druck her ist alles richtig scharf. Also das passt definitiv. So, hier das komplette Motiv, auch die Dame sieht nicht nur scharf aus, sondern ist auch scharf aufgedruckt. Dann gucken wir uns mal den Spine an. Hier oben haben wir eben das Logo, dann haben wir hier den Schriftzug und hier unten eben die ganzen Hinweise, Blu-Rays, DVD, MGM und so weiter und so fort. Ein bisschen hier sieht man, sticht am Spine der Druck über von der Rückseite. Okay, dann schauen wir uns mal die Rückseite an. So, lege ich mal hin. Inhaltsangabe, da wissen wir ja jetzt schon Bescheid. Des Weiteren haben wir ein paar Szenenfotos, dann die Credits unten drunter, sowie auch die technischen Daten. Und ganz unten haben wir den ERN-Barcode und auch hier das FSK-Logo. Dann machen wir mal das gute Stück auf. So. Nehmen wir mal die Disc raus. Gucken uns die Disc an. Die sieht auch richtig schön bedruckt aus. So wollen wir das haben. Und passt. Dann gucken wir mal rein. Hier sehen wir eben einen Innenprint. Der wird wahrscheinlich nach hinten übergehen. Gucken wir uns nachher nochmal an. Hier auch sehr schön scharf und farbenfroh gedruckt. Auf glänzendem, ja, ich würde nicht sagen Fotopapier, aber so ähnlich. Man hört es vielleicht auch hier etwas dicker. Das passt. Dann haben wir hier noch ein weiteres Kinoplakat. Ah, und hier drinnen ist es dann etwas dünner. Das ist sozusagen wie ein Deckblatt hier. Und hier haben wir es dann etwas dünner. Dann haben wir hier eben einen Blick auf In der Gewalt der Riesenameisen, der Tierhorror. Weiteres Kinoplakat. Oh, das sieht ja echt stark aus. Dann eben weitere Tierhorror-Filme. Ich habe hier mal zusammen mit dem Kurt einen Tierhorror-Livestream gemacht. Ich werde euch das Ganze jetzt mal passend zu diesem Media Book natürlich auch verlinken. Der Ruf Hollywoods haben wir da noch hier. Die Bilder sehen echt gut aus. Und hier haben wir zum Beispiel das Große. Das ist scharf, auch fast ohne Körnung. Hier ist es ein bisschen leicht unscharf und mit Körnung versehen. Ist aber kein Wunder bei diesen älteren Streifen. Und ich habe das ja schon oft gesagt. Lieber so anstatt irgendwie weich gespült. Und mit diesem Wachs-Look auf der Haut und ohne Körnung. Das passt nicht. Also da ist das schon okay so. Ein Hauch von Wels haben wir dann hier noch. Ein Biest unter den Biestern. Mr. Big. Dann noch über die Schauspieler und Schauspielerinnen. Joanne Collins. Leben und Karriere. Filmografie haben wir dann hier noch mit dabei. Dann Robert Lansing. Auch über sein Leben und seine Filmografie. Dann Bert-Ira Gordon. Und dann sind wir hier schon am Schluss angelangt. Hier nochmal ein weiteres Kinoplakat. Und die DVD. Ja, sieht auch anders aus als die Blu-Ray. Ja, kommt jetzt hier fast diesen Plakat nahe. Aber hier nochmal zum Vergleich Blu-Ray und DVD. Und dann, ich hatte es eigentlich vermutet, dass das vielleicht ineinander übergeht hier. Aber hier ist dann Schluss. Und das ist rot gehalten. Okay. Ja, so viel dann einmal zum Mediabook von In der Gewalt von Riesenameisen. Das war Streich Nr. 1. Und hier haben wir dann den Karton leer. Ja, Wollingen. Und hier haben wir dann Streich Nr. 2. Die Tausend Augen der Ninja. Auch erschienen zuletzt am 30. April. Mittlerweile ist man ja im Besitz der vier Ninja-Filme. Angefangen mit Ninja, die Killermaschine mit Franco Nero aus dem Jahre 1981. Die ist ja ebenfalls im Mediabook erschienen. Des Weiteren hat man auch noch die Rückkehr der Ninja und die Herrschaft der Ninja im Portfolio. Also das ist doch schon mal eine echt coole Geschichte. Der erfolgreiche Geschäftsmann und Martial-Arts-Kämpfer Akira Saito will ein ruhigeres Leben führen und zieht mit seiner Familie nach New York, um dort ein japanisches Restaurant zu eröffnen. Dieses befindet sich aber ausgerechnet in einem Lager, in dem eine brutale Bande ihre Beute versteckt. Als dann wertvolle Juwelen aus diesem Versteck verschwinden, gerät Akira unvermeidlich in Verdacht und er und seine Familie werden zur Zielscheibe einer der gefährlichsten Gangsterbanden New Yorks. Der ehemals indizierte Kultfilm, erstmals uncut und in HD neu abgetastet, als tolle Limited-Media-Book-Edition mit Blu-ray und DVD, sowie extra gezeichnetem Artwork und einem 24-seitigen Booklet, was ebenfalls einen Text geschrieben von Nandorona enthält, sowie Bio- und Filmografien der Filmstars. Außerdem gibt es als Bonus-Material noch ein Interview mit dem Hauptcharakter, eine Bildergalerie und die Trailer der Ninja-Teile 1 bis 4. Hier haben wir dann das Meter-Book vor uns liegen. Wie wir sehen konnten, war der FSK-Flatschen, der FSK-18-Sticker hier auf der Folie drauf. Das ist wunderbar, somit haben wir keine Rückstände auf dem Media-Book selber. Das ist nämlich ebenfalls glänzend gehalten und auch vom Druck her hier rattenscharf. Also das passt auch wieder sehr gut. Unsere Charaktere hier drauf. Alles perfekt. Hier der Hinweis Blu-ray und DVD. Dann gucken wir uns mal den Spine an. Oben das Logo wieder. Mittig der Name, der Titel des Films. Und dann hier unten der Hinweis MGM Blu-ray und DVD. DVD. Gut ist, dass es hier schwarz in schwarz übergeht. Also hier schaut auch nichts von hinten nach vorne über den Spine. Zumindest kann man nichts erkennen. So, dann lege ich einmal das Media-Book hin. Wie wir eben schon hören konnten, haben wir dann eben die Inhaltsangabe dabei. Dann haben wir ein paar Setfotos, die Credits. Selbstverständlich auch die technischen Daten. Und darunter haben wir dann auch noch das Hansi-Sound-Logo, FSK 18 und den ERN-Barcode. Perfekte Sache. Dann schauen wir uns mal an, wie es innen drin aussieht. So, die steht auf dem Kopf. Holen wir uns aber gleich mal raus. Hier die Disc, die Blu-ray Disc. Auch schön bedruckt. Das gefällt mir gut. Dann haben wir hier einen Innenprint. Auch hier wieder ein etwas dickeres Papier als Deckblatt des Booklets sozusagen. Auch so matt glänzend gehalten. Vom Druck her aber sehr scharf. Das passt. Dann haben wir eben hier den Weg eines Ninjas. Einen Blick auf die tausend Augen der Ninja. Bisschen etwas über die Produktion. Hier dann immer ein paar Bilder dazu. Auch das natürlich ein älterer Film und von daher von der Bildqualität etwas körniger gehalten. Ist aber vollkommen okay. Im Schatten des Vaters. Finde ich gut, wie sie es abwechselt. Hier mal groß, mal links, mal rechts, mal unten. Das passt. Dann geht es über den Drehbuchautor weiter. Dann eben über unseren Hauptdarsteller. Mit der Biografie auch noch. Eine Filmauswahl. Und dann noch über weitere Darsteller hier im Film. Leben. Filmografie. Und so weiter und so fort. Hier kommen wir dann zum Abschluss. Hier dann auch wieder etwas dickeres Papier. Und dann sind wir durch. Dann haben wir hinten noch die DVD. So, wunderbar. Und dann haben wir hier so ein durchgängiges Motiv. Passt. Schaut richtig cool aus. Und kann man definitiv zufrieden sein. Ja, meine Freunde. So viel einmal dann auch zum Mediabook von die 1000 Augen der Ninja. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sagt ihr zu den Mediabooks, zur Ausstattung, zur Qualität, zur Verarbeitung und was sagt ihr auch zu den einzelnen Filmen? Falls ihr euch das Ganze bestellen wollt, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort setze ich euch auch noch einen Trailer zu den jeweiligen Filmen rein, damit ihr auch noch ein bisschen bewegtes Material habt und sehen könnt, was euch dann erwartet. Also, in diesem Sinne sage ich danke an Hanses Sound, danke an euch, damit ihr wieder eingeschaltet habt und zugeguckt habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, auf bald, bleibt gesund und Servus. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein paar Minuten.